was geht ab leute willkommen zu einem neuen video von mir ja wir haben das sortiment jetzt geöffnet weil ein fehlvideo war und jetzt machen wir das richtige und zwar pure trade iridium haben wir die ganz großen raketen die nummer vier mittlere nummer fünf und die ganz kleine nummer sechs komisch normalerweise muss das andersrum sein aber ja so nun haben wir hier 386,4 gramm in allen raketen verteilt natürlich ja da fangen wir auf jeden fall mal an mit den großen machen wir von jeweils aber von den drei machen wir jeweils zweimal ja fangen wir an mit den großen und dann gleich noch ein freunde jetzt kommen wir zu dem mittleren ja nice ungleich noch mal so so jetzt kommen wir zu den kleineren also die ganz klein erst mal ein die waren sogar mit dem besten geschlecht und jetzt noch ein einzigen noch ein klein nice ja freunde ich hoffe das video hat euch gefallen das war das iridium set von pure trade ja daumen nach oben freunde abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten mal freunde haut rein